Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Ich bin heute wieder on the run und zwar in Bünde bei Pinball Universe und ihr habt wahrscheinlich auch gesehen, dass ich beim Flippermarkt Interviewpartner gesucht habe zum Thema Turniere und da haben sich heute Dirk und Tobi bereit erklärt, mir ein bisschen was zu erzählen, deswegen geht auch direkt die erste Frage an den Dirk. Bei mir ist es so, ich habe jetzt zwei Turniere gespielt im letzten Jahr, ich habe meine Ligaabenden halt und bin auf Platz 13.000. Wie sieht denn so deine Bilanz aus? Du spielst ja glaube ich ein paar mehr Turniere, habe ich gehört. Ja, ich spiele einige Turniere mehr. Ich glaube, ich habe so in den letzten zehn Jahren in etwa 250 Turniere gespielt. Das ist schon etwas mehr und ich glaube in der Weltrandliste bin ich momentan so ungefähr Platz 85. Das schaue ich jetzt nicht jeden Tag nach, aber in der Größenordnung momentan etwas schwächer. Gibt es denn jetzt geteilt zwischen Deutschland und weltweit oder weil gibt es ja die IFPA oder welche Rangliste wird da genau gezogen? Also Platz 85 bezog sich jetzt auf die weltweite Wertung. Es gibt auch noch eine Wertung für Deutschland, wo dann halt die besten deutschen Spieler gelistet sind. Da müsste ich jetzt nachschauen. Ich glaube Platz 7 oder 8 bin ich da zur Zeit. Oder 9. Vielleicht hat der Tobias mich auch gerade überholt. Er schrieb mal irgendwie sowas, aber täglich schaue ich da auch nicht rein. Das ändert sich ja ständig. Es gibt kein Wochenende, wo nicht irgendwo auf der Welt Turniere gespielt wurden, Punkte vergeben werden, Punkte altern, andere Spieler abrutschen oder man selber abrutscht. Also es ändert sich ständig. Wie ist es denn eigentlich mit Turnieren? Ich gehe einfach hin und spiele einfach mal ein bisschen, aber wenn man jetzt wirklich Turnierspieler ist, dann bereitet man sich ja wahrscheinlich ein bisschen intensiver darauf vor. Wie sieht das bei dir aus? Gibt es da wirklich Trainingslager und Videoanalysen oder wie sieht das bei dir aus, wenn du dich jetzt vorbereitest für ein Turnier? Also möglich ist das schon, dass man auch Videoanalysen macht und Trainingslager macht, aber es ist natürlich eine Frage der verfügbaren Zeit. Also ich beschränke mich im Wesentlichen darauf, mich zu einem Turnier ausgeschlafen anzukommen, damit ich dann auch fit bin und nicht gleich von vornherein. Nüchtern auch, ja, auch das. Und auch im Vorfeld mich schon mit den Maschinen, die dort im Turnier aufgestellt sind, befasse und das Regelwert nochmal gegebenenfalls studiere, falls da Maschinen bei sind, die ich nicht kenne. Und ich versuche natürlich dann auch immer ein bisschen mehr zu flippern direkt vor einem Turnier. Ist immer eine Frage der Zeit. Das heißt wirklich, wenn jetzt wirklich, sag ich mal, am Samstag ein Turnier ist, dass du dann in der Woche davor dann auch wirklich intensiv nochmal die ganzen Geräte abflipperst und dann auch wirklich mehr spielst, als du sonst spielst. Aber wenn man jetzt so viele Turniere macht wie du, dann ist man ja permanent am Spielen, glaube ich. Kann das sein? Ja, das stimmt schon. Die Gefahr besteht, aber meine Frau bremst mich dann auch ein, wenn es zu viel wird. Ich würde sagen, die Frage kommt am Schluss auch noch, aber das ist schon mal gut, dass du da angesprochen hast. Jetzt natürlich die nächste Frage geht erstmal rüber an den Tobi. Du bist ja auch Turnierspieler, klar. Kannst du vielleicht nochmal kurz ein paar Worte zu dir sagen und insbesondere dazu, weil du ja auch mitorganisierst einige Turniere und weil so ein Turnier will ja nicht nur gespielt werden, so ein Turnier will ja auch vernünftig organisiert werden und das ist ja auch nicht unbedingt so leicht. Erzähl doch mal ein bisschen, was da so alles passiert, was da alles läuft und wie du dann so reinpasst. Ich habe die letzten Jahre vermehrt Turniere gespielt. Das hat sich jetzt nachwuchsbedingt ein bisschen geändert. Das heißt, ich spiele jetzt mehr oder weniger nur noch die Turniere, die ich auch selbst organisiere. Ich komme jetzt, ich sage mal, ich habe mal in die Statistik reingeguckt, ich komme auf 120 Turniere, die ich gespielt habe. Ich dümpel auch irgendwo so auf Platz 60 in der Welt rum und auf Platz 6 irgendwie in Deutschland. Das ist aber, wie Dirk schon sagte, alles im steten Wandel. Mein Fokus geht tatsächlich jetzt mehr hin in Richtung Turnierorganisation. Ich unterstütze, dass die Pinball Universe Battle einmal im Jahr mit die Pinball Universe dann halt über Dirk ausrichtet. Da bin ich halt so ein bisschen noch mit an der Orga beteiligt. Und wir haben halt das Bulls and Balls in Fulda, was dann von Matthias Klüber geleitet wird. Und da machen wir dann halt eine feste Location, ich sage mal mit 50 festen Flippern. Und da richten wir vier bis fünf Turniere im Jahr aus. Das ging etwa, sage ich mal, vor, ich würde sagen so drei, dreieinhalb Jahren los. Dann bin ich mit ihm in Kontakt gekommen. Wir haben gesagt, wir versuchen das einfach mal und gucken mal, was so geht. Das ist von Turnier zu Turnier wirklich besser geworden. Es schleichen sich Automatismen ein. Das Team wird halt immer besser aufeinander abgestimmt. Ich sage mal, das Störfeuer wird halt immer weniger. Und jetzt haben wir das wirklich, ich kann ja sagen, in zwei Wochen, jetzt läuft ja gerade die Weltmeisterschaft und in zwei Wochen richten wir die Pinball Olympics aus. Und ein in der Größenordnung von der Anzahl der Turniere her, würde ich sagen, einzigartiges Format. Weil wir spielen viereinhalb Tage und haben zwölf Turniere, die wir in dem Zeitraum ab... Das ist schon eine Menge. Man sieht ja auch bei Facebook, kann man ja auch eine ganze Menge sehen. Da wird ja auch immer ordentlich geteilt, auch vom Pinball Universe natürlich auch. Da kann man sich die ganzen Bilder und die ganzen Turniere auch mal anschauen. Finde ich auf jeden Fall immer wieder interessant. Und das Schöne ist ja auch, man trifft sich ja auch irgendwo wieder. Weil, wenn man jetzt auf so vielen Turnieren unterwegs war, wie ist das eigentlich mit der Szene so? Sagt man sich da Hallo oder guckt man sich dann böse an und man möchte seinen Gegner besiegen? Oder wie läuft das da? Ist das so Konkurrenzdenken oder ist das mehr schon so freundschaftliche Szene? Und hey, alle, lang nicht gesehen oder wie läuft das da bei euch ab? Lang nicht gesehen gibt es ja nicht, weil wir uns ja fast jedes zweite Wochenende über den Weg laufen. Also es gibt in Deutschland eine relativ feste Turnierszene, sag ich mal. Einen relativ festen Stamm an Spielern, die, ich sag mal, so ein bisschen Flipper-Tourismus betreiben und die man halt auch auf allen Turnieren dann halt auch wieder trifft. Konkurrenzdenken, ich würde sagen eher nicht. Also es läuft halt alles, ich spreche jetzt mal nur für das Bulls in Bulls, es spielt sich alles in einem relativ familiären Rahmen ab, weil da halt auch viel Freizeit nebenbei geboten wird und mit Bar und Theke und so weiter das Gesellige halt auch nicht zu kurz kommt. Es ist halt so, dass wir in Deutschland hier die Turniere ohne Geldausschüttung spielen. Das heißt, es geht um Pokale, die man sich auch für 10 Euro bei Ebay kaufen kann. Dann geht es um Weltranglistenpunkte, die einen in der Weltrangliste vielleicht ein bisschen höher bringen, aber jetzt auch nicht den Deal mit Coca-Cola einfädeln. Wir haben halt in dem Sinne keine Sponsoring-Szene und haben auch ganz bewusst uns insgesamt in Deutschland dazu entschieden, die Turniere auch nicht mit Preisgeldern auszustatten, damit es halt alles in so einem kumpeligen Rahmen bleibt. Die Frage ist auch, dürfen wir dann überhaupt, ist das dann nicht schon wieder Glücksspiel in Deutschland, weil die Rechtslage, die ist ja auch so ein bisschen komisch, wenn man da Geld ausschüttet bei Turnieren. Ich weiß es ehrlich gesagt. Ne, genau, haben wir uns mit befasst, weil es gibt, wir haben im Februar in Fulda die European Pinball Championships ausgerichteten, eine European Championship Series, das Finale, das ist die kleine Europameisterschaft. Und da ist es tatsächlich im Regelwerk verankert, dass ein Teil der Eintrittsgelder wieder ausgeschüttet wird. Und unter dem Aspekt, so läuft es ja auch bei jedem Doppelkopfturnier, bei jedem Skat-Turnier, dass die Eintrittsgelder wieder ausgeschüttet werden, das ist tatsächlich in Ordnung. Man muss es anmelden, aber das ist in der Regel kein Problem. Also in den Glücksspielfaktor oder in eine andere Dimension geht es halt, wenn man, ich sag mal, 20 Euro Eintritt nimmt und irgendwie 10.000 Euro auswirkt, dann geht das halt. Aber wir haben es ganz bewusst weggelassen, aber es ist durchaus möglich. Ach so, ist ja auch nicht schlecht. Ich meine, jetzt guck mal, guck mal, die Weltmeisterschaft in Amerika, da kriegt man ja ein Flippergeschenk, dann kriegt man hier von Ebay noch irgendeinen fetten Gutschein, hast du nicht gesehen. Und da möchte ich auch mal fragen, einer von euch war doch bei der Weltmeisterschaft, das war Dirk, richtig? Und da wollte ich mal fragen, so als du gespielt hast und irgendwann gemerkt hast, okay, ich bin da gar nicht so schlecht, kannst du dich noch irgendwie an den Moment erinnern, wo du gesagt hast, boah, ich möchte jetzt nicht nur zwei, drei Turniere im Jahr spielen, sondern ich möchte jetzt, ich möchte wirklich zur Weltmeisterschaft. War das wirklich so ein Gedanke, der irgendwann gekommen ist oder so oder wie? Ja, im Prinzip war es so. Also ich habe selber mal geschaut, ich habe schon als Jugendlicher viel geflippert, habe dann irgendwann mal mehrere Jahre pausiert und habe dann 2008 wieder angefangen, Turniere zu spielen. In Wuppertal im Strandcafé war das erste Turnier, wo ich dann auch im Finale dann stand, völlig überraschend für mich selbst und auch gut gespielt habe. Und dann habe ich noch so zwei, drei Jahre so ein bisschen Turniere gespielt, die Leute kennengelernt, die Szene kennengelernt, die Location, die Flipper kennengelernt und habe gesagt, das ist was für mich und habe dann wahrscheinlich irgendwie so 2012, 2013 für mich entschieden zu sagen, ja, das ist ein Hobby, was ich jetzt fokussiere, wo ich mehr Zeit drauf verwenden möchte und habe dann angefangen, intensiver Turniere zu spielen. Bin dann auch viel rumgereist, nicht nur in Deutschland, sondern auch noch in Nachbarländer gefahren, nach Holland, nach Belgien, nach Dänemark, Schweiz und habe auch dort an Turnieren teilgenommen. Natürlich mit dem Ziel, möglichst viele Weltrandlistenpunkte zu sammeln, um sich damit dann für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Die findet dann auch in Las Vegas, in Amerika statt oder wo war die jetzt das letzte Mal? Wo warst du, frage ich mal andersrum? Ich war einmal in Schweden und einmal in Dänemark bei den Weltmeisterschaften. Da hatte ich mich qualifiziert. Letztes Jahr in Vancouver war ich qualifiziert, bin aber nicht teilgenommen. Das ist mir ein bisschen zu weit gewesen, sage ich jetzt mal. Die Weltmeisterschaft findet einmal in Amerika statt und das Jahr darauf wieder in Europa. Und das wechselt dann immer. Das heißt, wir haben alle zwei Jahre die Weltmeisterschaft in Europa. Zurzeit findet sie jetzt gerade in Italien statt am kommenden Wochenende. Und danach dann wieder in den USA, bevor sie dann wieder nach Europa rüber geht. Und man muss sich schon sehr, sehr anstrengen, um sich dafür zu qualifizieren. Die Teilnahme geht über Weltrandlistenpunkte oder über Länderplätze. Das heißt, es gibt irgendwie, ich glaube 15, 16, 17, 18 Länder, wo die zwei Leute entsenden dürften, ihre stärksten Spieler. Und dann wird das restliche Feld mit den stärksten Teilnehmern der Weltrandliste aufgefüllt. Also auch zum Thema Organisation nochmal, Tobi, an dich die Frage. Wie kann ich mich denn jetzt, sage ich mal, als Deutschland dafür bewerben, dass wir jetzt Austragungsort der WM werden? Ist das jetzt eine Sache, die gelost wird oder wird das einfach reihum gemacht? Oder wie wird das entschieden, dass man jetzt sagt, in zwei Jahren ist sie in Deutschland? Oder ist das Zufall? In zwei Jahren ist sie in Deutschland, tatsächlich. Also ich bin ja neben, also neben der Turnierorganisation mache ich noch, das ganze Ding schimpft sich Country Director. Das heißt, ich bin quasi das Bindeglied zwischen der deutschen Flipper Community und der International Flipper Pinball Association in Amerika. Macht dann halt auch so Regelwerkübersetzungen und wenn die Anpassungen machen, dann kommuniziere ich das entsprechend, mache so Turnieranmeldungen und so weiter. Und wir haben halt mit allen Country Direktoren, der weltweit, haben wir eine interne Gruppe und da kann man sich halt für solche Geschichten bewerben. Also unter anderem auch jetzt für die kleine Europameisterschaft. Da stellt man ganz kurz vor, was hat man für eine Location, was kann man leisten, wie viele Spieler kann man aufnehmen. Da wird das entsprechend diskutiert und geschaut, ob es Mitbewerber gibt und dann wird das halt letztendlich entschieden. Achso, also es wird gemeinsam entschieden. Also es wird jetzt nicht einfach nur hier, dass Franz Beckenbauer kommt und dann da hier Spokesman ist und plötzlich dann hier Geld ohne Ende reingepumpt wird. Also das wird dann fair entschieden. Es wird fair entschieden. Es ist aber auch nicht so, dass sich für die großen Veranstaltungen, dass sich die Länder darum kloppen. Also ich sage mal, die Turniere, die wir in Fulda machen, das läuft halt, ich sage mal, mit relativ geringer Manpower. Wir haben, ich sage mal, so ein, zwei Techniker da rumtouren. Wir haben das Catering-Team, wir haben die Menschen hinter der Theke, wir haben so ein, zwei Organisatoren und dann halt Turnierleitung und Schiedsrichter. Ich sage mal, da kommen wir, alles in allem kommen wir da irgendwie mit, ich sage mal, sechs bis zehn Mann aus. Die müssen natürlich alle funktionieren. Das muss alles, ich sage mal, Hand in Hand gehen. Die Turnierspieler müssen entsprechend mithelfen, dass es da nicht alles in einem großen To-Hoo-Wa-Boo endet. Aber wenn du halt sowas wie die Weltmeisterschaft ausrichtest oder die große Europameisterschaft, die mit drei, vierhundert Spielern da gespielt wird, dann brauchst du einfach einen Riesenbulk an Menschen, die damit unterstützen. Und es kloppt sich da keiner. Also danach ist, wenn man mit so einem Turnier durch ist, ist nicht die Entscheidung, ob man sich da von Porsche oder ein Jaguar holt. Es geht unfassbar viel Zeit dafür flöten und man kriegt, glaube ich, nicht mal seine Kosten irgendwo gedeckt oder wenn, dann gerade. Und von daher sind immer alle Flipper-Spieler froh und alle Organisatoren froh, wenn irgendein Land aus der Torte gehüpft kommt und sagt, wir haben die Technik, wir haben die Leute, wir würden es gerne machen. Ich habe es bisher noch nicht miterlebt, dass jemand gesagt hat, nee, ich würde es dann aber lieber machen. Und es gab da bisher noch keinen. Es ist ja auch gut, dass es sich irgendwie da, Gott weiß, was da hin und her geschoben wird, dass man sich da, wie gesagt, vernünftig unterhält und dann auch alles organisatorisch über die Bühne kriegt gemeinsam. Das ist auch nicht schlecht. Jetzt nochmal eine Frage, das ist auch eine Frage für euch beide. Wenn ich jetzt als Spieler, sage ich mal, mich jetzt auch dafür so stark interessiere, dass ich sage, ich möchte jetzt auch mehrere Turniere machen, habt ihr einfach mal so einen Tipp auf Lager, sage ich mal, jetzt als Profi-Spieler, ihr beiden, was man jetzt jemandem wie mir, sage ich mal zum Beispiel, weil ich bin ja jetzt auch nur semi-professionell, sage ich mal, wie kann ich besser werden, abgesehen davon, dass ich jetzt mir vielleicht Videos im Internet anschaue oder so. Also habt ihr da irgendwie mal so spontan, ja, schießt da hin, wo es leuchtet, weil das höre ich öfter. Ja, 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 genau. Also ich sage mal, die Anfängertipps sind, die Google im Spiel halten, nicht beide Flipperfinger gleichzeitig drücken und so weiter. Also wenn man sich wirklich, wenn man wirklich ernsthaft Turnierspieler werden möchte und ich sage wirklich daran Gefallen findet, auch Deutschland und europaweit durch die Gegend zu traveln und ich sage mal, dann die Locations zu besuchen. Man kann sich, also im Normalfall werden die Maschinen vorher veröffentlicht, ein Ding gespielt wird. Im Regelfall wird man auch in Gruppen eingeteilt und sieht da schon, welche Geräte man dann tatsächlich spielt. Man kann sich über YouTube-Tutorials entsprechend einlesen. Es gibt diverse... Oder Quick Guides. Es gibt auch Quick Guides, genau. Genau und das kann man halt, es gibt Internetseiten, da findet man zu jedem Flipper die fünf besten Tipps, wo man im Turnier am schnellsten Punkte holt und dann geht es halt ans Üben, Üben, Üben. Also das Ballgefühl muss man sich halt erarbeiten. Jeder Flipper spielt sich grundsätzlich völlig unterschiedlich und auch wenn man den Attack from Mars zu Hause stehen hat, spielt sich der auf dem Turnier grundsätzlich vollkommen unterschiedlich. Das hat der Kollege auch gesagt, wenn du zehn Geräte nebeneinander stehen hast, die spielen sich alle unterschiedlich, obwohl der Attack from Mars ist. Und das Schlimmste ist, wenn du den zu Hause hast, spielst du nämlich immer beschissener, wenn du auf dem Turnier damit bist. Das ist unfassbar, weil du halt einfach anders gewohnt bist von zu Hause. Das ist schon Wahnsinn. Dirk möchte ergänzen. Achso, Dirk, ja genau, ich wollte sagen, Dirk hat da gerade schon ein paar Tipps gegeben, aber ich würde mir gerne noch mal ein paar mehr anhören, weil WM-Spiele haben wir ja auch nicht so viele hier in Deutschland. Deswegen, was sind denn deine Tipps für den Anfänger, der jetzt sagt, ich möchte auch ganz viel bei dem? Ja, die Tipps für den Anfänger sind eigentlich natürlich üben, 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 aber nicht zu Hause an dem Gerät, was man sozusagen auf Wohnzimmereinstellung hat und sehr freundlich stehen hat, wo die Outlane-Posts so weit runtergeschraubt sind, dass eigentlich keine Kugel links und rechts nicht mehr weggehen kann. Man muss immer bedenken, wenn man sich jetzt irgendwie Videos von Turnieren anschaut oder so, die Geräte sind da knallhart eingestellt. Das heißt, die Outlanes sind weit geöffnet, die Tilt-Pendel sind scharf gestellt und zum Beispiel sind dann auch irgendwie das Erreichen der Multi-Bälle schwerer eingestellt. Klassisches Beispiel wäre so ein Spider-Man, wo man dann nicht mal einmal ans Lock-Target spielen muss, sondern zweimal, damit das Lock angeht oder so. Das heißt, man muss sich auch gedanklich darauf einlassen, dass man im Turnier Geräte findet, die härter eingestellt sind. Und um das zu üben, ist es natürlich auch eine gute Variante, sich selbst Geräte entsprechend auf Turniereinstellungen zu betreiben und zu üben. Denn das verhält sich dann ganz anders. Und dann ist man auf ein Turnier nicht gefrustet, wenn man nur zehn Prozent seiner Punkte macht, die man vielleicht zu Hause erreicht, weil es ist absolut nicht vergleichbar. Des Weiteren gibt es natürlich die Möglichkeit, irgendwie nochmal mit Freunden zusammenzuflippern. Ich denke, Tobias und ich werden heute Abend auch noch ein bisschen trainieren, wenn er mitspielen sollte, wenn er sich traut. Und das hilft halt auch, wenn man jemanden dabei stehen hat, der einen einfach nochmal Tipps gibt und sagt, du, was du da gemacht hast, das war doch vielleicht nicht glücklich. Drücken wir es mal vorsichtig aus. Warum hast du das nicht so und so gemacht? Das kann man im Freundeskreis machen. Das kann man auch über einen Campus machen zum Beispiel. Der Erno gibt hier auch regelmäßig Flipper-Schulunterricht sozusagen, der PU-Campus. Das wird auch sehr gut angenommen und dadurch verbessert man sich auch, wenn man einfach nochmal einen Spiegel vorgehalten bekommt und direkt gesagt bekommt, so und so machst du es. Aber es ist ein bisschen unglücklich, mach es doch mal anders, probiere es doch mal anders. Nicht verkehrt, ich spiele auch immer. Wenn ich jetzt gegen jemanden spiele, dann spiele ich automatisch besser, als wenn ich jetzt alleine davorstehe und irgendwie alleine streame oder so und dann alleine eine Stunde spiele. Ich hole definitiv bessere Punkte, wenn jemand daneben steht. Also das ist nur zu empfehlen, immer gemeinsam spielen. Macht auch eh mehr Spaß, als wenn man jetzt die ganze Zeit alleine im Keller hockt. Das ist auf jeden Fall witzig. Ich hätte jetzt noch eine Frage zum Turnier. Und zwar, genau, ja, gib mir das Mikrofon, pass das Mic, pass das Mic. Und zwar zum Turnier, ich meine, wir haben ja jetzt in den letzten 15 Jahren hat sich ja eine ganze Menge getan. Ich habe jetzt auch mit anderen Leuten schon gesprochen und die haben ja auch gesagt, früher sind wir mit einem Block rumgelaufen, mit einem Stiftchen. Und bis dann irgendwann mal herausgefunden wurde, wer überhaupt gewundert hat, hat immer ein bisschen gedauert. Mittlerweile drückt man hier bei so einem Monitor einmal kurz klick, klick. Die nächste Runde ist ausgelost, die nächsten Geräte sind da. Da hat sich ja technisch, auch übertragungstechnisch mit den ganzen Twitch und YouTube, dass man die Sachen jetzt alle live verfolgen kann. Da hat sich ja technisch eine ganze Menge getan. Kannst du vielleicht noch mal eben kurz so einen Code sagen, wie siehst du die ganze Szene noch so bis dahin entwickelt hat und was noch in Zukunft kommt oder was uns in Zukunft noch erwartet? Kann ich, aber nicht kurz. Okay, nee, verhol ruhig aus. Wir haben Zeit. Und bis der Film voll ist. Nee, nee, alles gut. Das ist perfekt. Mach ich. Genau. Also vom Grundprinzip allen Übels, also ich spiele seit 2011 Turniere und angefangen hat das Ganze in Lemko bei den Electric Friends. Und früher, und ich bin bald 40, ich kann früher sagen, ist es so, du bist zu einem Wochenende gefahren, hast da ein Turnier gespielt, egal von wo du angereist bist, hast ein Turnier gespielt, bist entweder früh rausgeflogen oder bist eine Runde weitergekommen und bist dann wieder nach Hause gejuckelt. Das hat sich alles in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt, dass an den Wochenenden mehr Turniere gespielt werden, dass die Turnierintensität einfach höher geworden ist und damit halt auch die Professionalität und dann halt auch der Anreiz auch von internationalen Spielern. Da kann ich für Fulda gleich auch wie für Bünde sprechen, also Pinball Universe und Bulls in Bulls haben das gleichermaßen. Wir ziehen halt durch die Turniersysteme ganz viele internationale Spiele an, weil, und da habe ich mit Albert aus den Niederlanden halt auch mal lang und schmutzig drüber gesprochen, der sagte, wenn ich losziehe und gehe in den Niederlanden auf ein Turnier, spiele ich ein, zwei Turniere, dann ist das Wochenende für mich gegessen. Wenn ich aber hier nach Deutschland komme, und das ist im Aufschwung, dass immer mehr Turnierlocations auch mehr Turniere am Wochenende veranstalten, spiele ich ein Wochenende jetzt beispielsweise in Fulda, ich fahre zu den Pinball-Olympics, da spiele ich zehn Turniere an einem Wochenende, muss mir, ich sage mal, einen Tag freinehmen, habe ich noch einen Feiertag dazwischen, habe aber das gleiche Resultat, als wenn ich zu sechs, sieben Wochenenden im Jahr zu verschiedenen Locations hinfahre. So, und geändert hat sich im Endeffekt, das ganze Forum ist professioneller geworden, das ganze Anmeldeprozedere ist viel, viel fortschrittlicher geworden, wir haben viel bessere Turniersoftware, obwohl wir da noch meilenweit hinter den Skandinavien hinterherhängen, wir haben jetzt diese Software Matchplay, damit können wir ganz, ganz viele diverse Turnierformate abbilden, ganz schnell auslosen, Geräte zulosen, Runden neu auswählen, Turnierformate generieren, Endrunden erstellen, das ist alles wesentlich komfortabler, als dass es das früher noch irgendwie mit Pen & Paper war. Es hat sich halt auch ganz, ganz viel getan an der Nachfrage. Also wir haben, während früher die Turniere, sage ich mal, mehr oder weniger schon gut besucht waren, aber das halt auch alles, ich sage mal, gedauert hat, bis der Anmeldeprozess durch war, haben wir jetzt hier in den Turnieren in Deutschland nach dem First-Come-First-Surf-Prinzip, wir machen die Anmeldung auf und es schießen die Anmeldung rein. Und wir haben jetzt als Beispiel für die Pinball-Olympics 110 Spieler, davon haben wir 30 Plätze an die besten Spieler in Europa, so nach diesem Weltmeisterschaftsprinzip ausgelost. Und wir waren, wir haben die Registration geöffnet und waren nach 50 Sekunden voll. Ach Quatsch. Nach 50 Sekunden. Ich habe tatsächlich Beschwerden gekriegt von Spielern, die auf der F5-Taste irgendwie gesessen haben, die Mails war vorbereitet und der hat das nicht richtig aktualisiert. Und die sind dann auf der Warteliste gelandet, weil sie es innerhalb von 50 Sekunden nicht geschafft haben. So nach drei Minuten hatten wir eine Warteliste von 50 Spielern und das haben alle durch die Bank wegbezahlt. Und das geht halt in verschiedensten Turnieren hier in Deutschland so. Das ist gut für die Organisatoren, die wissen dann gleich, der Bums ist voll. So, wir können mit einer festen Anzahl von Spielern rechnen. Und das ist, das hat alles, also es ist gut für die Flipper-Spieler, weil man prinzipiell fast jedes Wochenende, ich sag mal, in Deutschland oder in dem näheren EU-Ausland flippern gehen kann und auf einem sehr guten Niveau, sag ich mal. Es ist ein bisschen krude für die Organisatoren, weil wir uns jetzt schon in der Mitte des Jahres um die Plätze im nächsten Jahr kloppen. Also wir sind im Hintergrund schon bemüht zu sagen, so pass auf, wir richten die deutschen Meisterschaften nächstes Jahr irgendwie, was weiß ich, im Mai aus. Guckt mal, dass ihr das nicht zeitgleich macht, dass wir uns nicht gegenseitig die Turnierspieler wegnehmen oder mit einer Woche davor und danach. Und das wird halt immer enger. Also im Oktober haben wir es beispielsweise, dass wir das Mittsommer-Turnier in Fulda ausrichten, auch wieder vier Tage, zehn Turniere. Gleichzeitig sind die Belgien Open Pinball, also die belgischen Pinball-Meisterschaften. Eine Woche später sind die großen Europameisterschaften in Kopenhagen. Also für die Turnierspieler ist das ein strammes Programm. Jetzt hast du natürlich gerade gesagt, ihr beide habt erzählt, man fährt dahin, man fährt hier, man hat da wieder vier Tage, man hat da wieder ein Wochenende, dann ist da wieder ein Ding. Jetzt habe ich ja gesehen bei Facebook, du bist ja auch verheiratet, du hast ja auch Nachwuchs bekommen, hast ja auch gerade gesagt, dass du ein bisschen Krüter treten musst. Wie kommt so ein Hobby dann eigentlich zu Hause an, wenn man jetzt wirklich, sag ich mal, so oft wie ihr beiden dann unterwegs seid? Da das live ausgestrahlt wird, irgendwann beziehungsweise aufgezeichnet ausgestrahlt wird, werde ich jetzt nur die halbe Wahrheit sagen, um den Stress daheim zu vermeiden. Nein, also grundsätzlich, ich hole auch ein bisschen weiter aus, ich habe mir vor neun Jahren den ersten oder vor acht Jahren den ersten Flipper gekauft. Meine Frau, damals Freundin, hat gesagt, das ist Spinnerei und nach einem halben Jahr hat sich der ganze Käse eh erledigt. Sie hat definitiv nicht damit gerechnet, dass es so eine Passion wird. Auf der einen Seite sagt sie, es geht natürlich viel Zeit bei Flöten. Das ist halt natürlich auch alles Familienzeit, die ich dann halt nicht zu Hause bin. Das ist aber auch alles vor meiner Tochter gewesen. Sie sagt aber auch, dass sie es absolut bewundernswert findet, dass man für etwas so eine Leidenschaft entwickeln kann. Und sie verfolgt das natürlich ganz intensiv. Die Turniervorbereitung zu Hause, wenn ich da irgendwie nachts um zwei schwitze und irgendwelche Anmelde-Proziere da irgendwie in Gang bringe und abarbeite. Und sie findet das sehr, sehr bewundernswert. Andersrum habe ich für mich auch gesagt, meine Tochter ist jetzt anderthalb. Ich sage es jetzt mal so, wie es ist. Ich habe die Wahl, das Wochenende mit 50-jährigen dickbäuchigen Menschen an Holzkisten mit Elektronik zu verbringen. Das wird bitte nicht geschnitten. Oder das Wochenende mit meiner Tochter zu verbringen. Und da war für mich einfach der Entschluss, dass ich gesagt habe, wenn die Lüde ein bisschen älter ist, vielleicht kommt ja auch noch mal ein zweites dazu, ich spiele jetzt erst mal nur noch die Turniere, die ich selbst ausrichte, plus vielleicht die Deutsche Meisterschaft und natürlich die PU-Battle. Aber ansonsten hat sich das erledigt, weil ich halt auch rundherum sonst halt viel mache. Danke. Dirke, gleiche Frage auch an dich, weil ich meine, es ist halt sehr viel und Familie. Wenn die halt nicht mitspielt, dann wird es halt ein bisschen schwieriger. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich frage mich natürlich auch immer, welche Turniere besuche ich, welche besuche ich nicht. Während ich früher auch mal ein Turnier oder Turniere in der Schweiz gespielt habe, wo natürlich der Anreiseweg, die Anreisezeit sehr, sehr groß ist, habe ich das mittlerweile stark eingeschränkt. Ich sage mal, mein Turnierradius ist für normale Turniere, sage ich mal, wenn es nicht gerade Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft ist, so umkreist 350 Kilometer von meinem Wohnort, sodass man da auch noch vernünftig an- und abreisen kann und nicht zu viel Zeit damit verbringt. Das ist natürlich eine Sache, wie man das ein bisschen limitieren kann. Das andere ist, ich habe mich halt auf dieses Hobby fokussiert. Andere in unserem Alter fliegen vielleicht für ein Fußballspiel nach Madrid oder Barcelona und schauen sich dort irgendwie ein Champions-Liedspiel an. Das mache ich jetzt nicht, da habe ich kein Interesse an. Wiederum andere reisen irgendwie in einer Band hinterher und gehen auf Festivals und zu Konzerten. Das habe ich halt auch nicht. Und ich habe jetzt gesagt, Flippern ist jetzt mein Fokus und das mache ich. Und erhalte da aber auch Unterstützung von meiner Frau und bin da auch dankbar. Und manchmal trete ich dann auch ein bisschen kürzer, wenn sie mit den Augen rollt. Das will ich auf jeden Fall auch nochmal, also da möchte ich mich an der Stelle auch nochmal bei meiner Frau bedanken und bei meiner Familie, wenn wir schon mal gerade dabei sind, weil ohne Witz, weil wenn wir den Rückenwind nicht hätten von unserer Familie, dann könnte ich nicht rumfahren, könnte keine Interviews machen, könnte keine Quick-Guides drehen, ihr könntet nicht organisieren oder mitspielen und da kann man einfach nur sagen, dann würden einfach ein paar Leute in der Flipper-Szene fehlen. Und dafür kann man einfach nur nochmal Dankeschön sagen an unsere Familien. Ich möchte mich auch abschließend bei euch beiden bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt und auf jeden Fall noch ein bisschen was mir erzählt habt, was ich auch noch nicht wusste. Das war auch eine schöne Sache. Natürlich auch bei Pinball Universe bedanken, dass wir hier die Räumlichkeit nutzen dürfen. Es ist immer wieder schön hier hinzukommen und abschließend natürlich möchte ich mich bei euch fürs Zuschauen bedanken und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.